Oh, ich habe noch ein drittes Tutorial und zwar will ich jetzt mal zeigen, wie man hier einfach mehrere Videos gleichzeitig an der Playlist aufmacht. Man muss einfach nur mehrere Registrierkarten haben. Hier zum Beispiel 2D fügt man eigene Bilder in Google ein, habe ich ja eben gemacht. Und hier zum Beispiel das zweite Video, da muss man einfach mehrere Einzüge-Registrierkarten. Und die habe ich praktischerweise hier schon als Lesezeichen angelegt, dass ich dann immer auf YouTube Upload gehe. Und dann werde ich anschließend die Videodatei dann auch, da kann man die auch hier ablegen. Also ich mache mal als Beispieldatei mal einfach mal irgendeine, die könnte man zum Beispiel hier, die könnte man hier direkt hinzufügen. Das werde ich jetzt nicht machen, weil das Video glaube ich schon hochgeladen ist. Deswegen werde ich einfach mal dieses Video beenden, weil ich dann selber auch hochladen kann. Nur einfach mehrere Registrierkarten machen, dadurch wird das Internet so langsamer, aber so kriegt man es hin. Bis dann und ciao.